Musik Während hier unten auf der großen Träne zu marschieren, kann ich einfach die Frise geben auf die Show, die wir dann sehen werden. Der Show-Tippo lautet Wagenrad. Warum? Weil die Hartle-Guttendorf ein Wagenrad wird und dieses Rad besteht aus einer Nachwein, das ist ein mittlerer Teil, aus vier Spreiten und einem sogenannten Kurz. Und während der Marsch, die die 47. Regierungsmarsch, dann zu Ihnen gespielt wird, wird sich das Wagenrad zu drehen beginnen. Und dazu haben wir den Musikbüchern, hat sich so ein bisschen Wagenrad. Jetzt haben wir noch eine große Wende, die nicht an der Show-Tippo lautet. Musik 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 Bitte den Platz hier wieder frei machen. Musik Musik Bitte zur Seite brennen, links und rechts, denn die Kapelle redet noch einmal. Musik 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 Jetzt wird der Marsch abgerissen. Musik 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 Wir sehen bereits die vier Speichen des Lades. Musik Jetzt kommt der Kranz dazu. Jetzt kommt der Kranz dazu. Und die vier Speichen darauf bildet sich der Kranz des Lades. Musik 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 Und jetzt dreht sich das fertige Wagenrad. Musik 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 Und nun werden wir ein Stück hören. Musik 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 Es darf mitgeglatscht, auch mitgesongen werden, das Stück ist ja allbesten bekannt. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik Applaus für die Darbittung, für das wirklich allzählige Wagenrad. Jetzt wird unter den Glägen des großen Bergsteiger-Marsches das Rad wieder abmontiert und die Kapelle wird wieder die ursprüngliche Marschformation, den Marschblock, einnehmen. Musik 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 Filter den Platz für der Freimach, links und rechts zur Seite treten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020